Ich hab' mich töten. Ach, da bist du okay. Eisenschwert, Alter! Seh' Urke, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer Runde survival games mit dem Lasse auf dem Server Gomme HD. Jo. Punkt net. Ich kann nur nicht aufnehmen, weil beim Flaps scheiße ist... Ich hasse Craps. Oh, Sprint-Bug! Oh, ne, wieso greif ich immer als letztes zu den Waffen? Oh, nice, hab' eine. Auch mich? Ich hab' was für dich, ja. Okay. Goldschuh. Oh, schau' meine, nein! Fuck, you, Creeper! Komm, den hol' ich mir, den hol' ich mir. Hier geht mir auch alle wieder. Oha. Alter, zu zweitgegneiengehen ist richtig asig. Ich helf' dir er und... Wieso helfst du mir nicht? Ich hab' ne Frau aus. Vor allem, du stehst mir immer ins Bild, ne? Bis mir die ganze Zeit ins Bild gestanden. und hier ist jemand disconnected ich habe die sachen kriegt oder ist jemand da ist jemand den holt ich mir alter hau ab ich schlage sonst sich okay ist mir immer ins bild rein da kann ich nicht hauen ich habe einfach zu nehmen kann ich nicht leider ist dieser creeper typ ist doch scheißegal goldschwert steiner was ist besser stein axt glauben nee goldschwert goldschwert nein scheiße kleiner wichs nein also der hat ein stein schwert das habe ich überhaupt nicht gesehen ich dachte da hat ein holzschwert fuck manu 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 wobei eigentlich was ja gar nicht asozial gewesen zurzeit auf ihn einzugehen weil es ist ja team es geht ja da muss man schon nachdenken dass man nur dann ist gleich jo leute sind wir wieder mit einer extrem seltsamen map die ich gar noch nicht kenne aber sieht irgendwie seltsam aus ich habe auch nichts gekriegt einfach raus einfach raus so jetzt habe ich immerhin fleisch damit kann ich die leute verkloppen da kann man hier überhaupt raus ihr wobei ich bin ich auch fahrt da sind viele leute mit steinschwert und anderen das ist von tatooine wo alt bist du bist du da dann dreht dich um dreht dich um hallo hallo ach nein ich werde geschlagen von wem hinter mir da immer mehr auf jemanden mit ja ich weiß sie nie nie das denn das ist aber der will dich angreifen ja ist doch egal der wusste mich nur nach vorne das ist gut so komm ich schnell zu den tun ich möchte nicht wieder so akku spielen letztes mal so jetzt habe ich immerhin rüstung und kuchen ich hab nichts doch jetzt leute hat jemand dass jemand gestorben und disconnected wahrscheinlich ein goldschwert gegeben und jeder helm wo ich hier über allen namen sehen so richtig paranoid durch die gegend drin ich gehe jetzt mal ein bisschen außerhalb dieser gebäude das bist du okay dachte ich bin ich nicht nein ich habe was für dich wissen das ist eines brauchst du hast du noch eine waffe ich war kurz ich gebe dir ein holz ich hätte nun das sehe ich ihn haben kann man nicht mit kuh raus nein lass da weg schnell weg schnell weg einfach schnell weg wieso goldschwert wenn die da immer noch sind dann ist so geklatscht älter du leckst bei mir auch du bist ein halber roboter alter du bist schon da vorne ich habe gedacht ja bei mir alter mein internet ist so kacke auf diesem server was 22 leute ja sicher das war 24 64 meine ich dachte schon her sind erst zwei leute gestorben das könnte ich mir nicht vorstellen dann sind ja schon relativ viel mehr ja schon über die hälfte sind immer noch als team unterwegs nicht mal mit schlechter ausrüstung also ich jedenfalls ja ich habe einen helfe hallo das babbo ich für euch alle ja du darfst dein schwert nicht vergessen ja hätte ich noch ein goldhelm wäre ich alter nennen da liegt ein holzschwert von mir ich habe ein goldschwert er holzschwert meine ich ja aber das geht schnell kaputt und dann hast du ersatz ja und trotzdem dies besser aus die holz sieht nicht besser aus gold sie besser aus habe ich auch gesagt gold du mich verstehen deutsch nicht nein ich habe an der espanol was ist das bandalones was ist der gleiche satz das der gleiche satz ja den der mann der mann tagt das ist auf dem großen zieht und mann erholt und so wie sie sagte dass sie sollen sie selber auswenden zuschauer ja die soll das herausfinden genau mehr du sagst du soll ja ich bei dir läuft es bei dir läuft irgendwas verkehrt aus meiner lungen nicht ja ich weiß ich habe was für dann hast du es mir ja so ein paar sachen ach geil gold gold ich habe ich doch gesagt dass ich goldman bin ich hast du einen bogen nein wie sie sollte ich weil ich zehn pfeile habe ich bin cool ich brauche keinen bogen wir jetzt nicht schlecht habe ich das gefühl habe ich einfach keinen hunger verlieren ich verliere dafür umso mehr wahrscheinlich hast du irgendwas gebratenes gegessen gebratenes steak oder so verliebt ich habe einen gebraten steak noch das war auch schon eins gegessen da hinten ist einer kommen den holen wir uns war ich habe hier immer noch so eine schrift und den falsch mich mit dem longboard auf die fresse gelegt hat mein longboard alter weg weg dann die erschwert gute ausrüstung kommen nicht dadurch und durch gehst mir auch wenn ich keinen hunger habe aber du gehst mir das auf dieses schiff da ist eine leite das schiff und das schiff ja ich habe ein bogen ich habe richtig viel rüstung für dich auf ich habe richtig viele Rüste nicht mehr boah alter wie da einfach richtig viel am Boden rumgelegen hat das habe ich alles eingesammelt hä wo bist du ich bin immer noch da bei den Bergen von vorhin da wo wir den Diatyp getroffen haben das ist mir aber nicht nachgekommen zum Glück wobei jetzt könnte ich ihn töten mit dem bogen welchen bau ist das Geld ist okay okay ich komme zurück zu dir aber ich hoffe der Diatyp kommt noch mal weil du möchte ich jetzt töten also das ist ja auch immer kannst du gar nicht wegschmeißen wenn du sie gleich anhörst alter du hörst dich schon wieder an den roboter aber egal welcher mich töten ich bin jetzt richtig erschrocken wegen dir und dann habe ich das hier noch für dich und das hier 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 ich glaube der typ von vorhin hatte gar kein die erschwert sondern nur ein eisenschwert ich habe es einmal falsch gesehen und er ist jetzt hier disconnected oder so oder davon hat die verbindung verloren oder sowas jetzt habe ich das zeug wenn man disconnected dann geil das finde ich cool vermisse ich habe einen krank der heilung und sein oh das ist geil niemand kann mir was anhaben aber die beste warum stehst du hier rum ich hause ist mein inventar sortiert habe ich habe gedacht das heißt wiederum bewegt bewegst du dich grad hier können wir nicht weiter meins wie hier einfach über alle sachen rumliegen da ist ja sicher die leute haben bessere sachen und dann lassen die die sachen da einfach ich tue hier mal ein bisschen zusammenkraften und dann da sind namen das sind verdammt viele namen so viele namen können gar nicht mehr sein sind noch zwei leute die leute ich glaube dass ein team und wir sind gut ausgeraustet anscheinend weil die verdammt auch rugant herumlaufen ich kann sie sehen nicht Achtung Achtung was denn schießt du nie noch nicht ich sehe ich habe sie noch nicht im sichtfeld ja ich sehe ihn ja das war vorher zwei oder eine gute ausrüstung aber ich weiß nicht mal ein gutes schwert hat ich glaube wir werden ihn zusammen klatschen oder stick habe ich immer noch was hat er für eine wache was hat er für eine macht ich habe den einmal mit dem bogen getroffen aber das hinten lässt du ihn hingehen oder ja auf jeden ich glaube der hat vorhin gegen den anderen gekämpft ja hier liegt noch sachen oh geil da hatten wir schwert alter der diamanten dann noch liegen lassen und sowas nein das war eine der mann axt okay ich komme ich komme rennen rennen zu mir und zu mir ne ne war kurz war kurz das richtig riskant da hast du was ich habe Achtung sie kommt sie sie nein ach du heilige ein alter die hat mich richtig schnell gekillt nein oh mein gott komm hau ab oh mein gott die hat ein verzaubertes tier schwert scheiße ich weiß sterben oder ich wollte sterben soll ich disconnecten ne 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 ja das ist also sie ist immer noch nicht mit dem t zu töten mich ja ich habe richtig geil gehört jetzt wird sie geklatscht ey nein ich weiß du bist so schlecht du hast du kein einziges mal getroffen boah aber sie ist richtig cool wenn sie hin und her läuft sie hat gefeedet die oder der oder was auch immer ist richtig gut nice ja aber ich würde sagen die runde war auf jeden fall nicht schlecht interessant wir haben hier auch ein bisschen wir sind wir sind auf jeden fall nicht die ganze zeit abgehauen das ist auf jeden fall schon mal die hauptsache und ja auf jeden fall finde ich es richtig geil oder fand ich die runde richtig geil ich habe endlich mal wieder auf dem gommelserver gespielt aber ich will gerne noch schauen wer hier gewinnt jetzt alles was ich wurde von einem mädchen geklatscht vielleicht ist auch einfach ein junger mit einem mädchen skin das kommt relativ häufig von minecraft da denken die einfach oh dann kommen die ganzen jungs zu mir weil ich schwul bin die logik die logik oh mein gott kann man hier eigentlich feiler werden ich glaube nicht ich glaube die ist einfach so dumm sie denkt sie würde ein mann finden in oder er in meineschaft ist doch egal ernsthaft ernsthaft oh mein gott die muss richtig aufpassen eigentlich zwei schüsse mit dem bogen auf die und die wäre hinten in der lava ah die hat ein team die haben team aber nicht mal im team gekämpft das finde ich extrem sozial also wirklich aber eigentlich hätte ich auch nichts dagegen wenn die im team gekommen wären weil ich meine das ist team sg und ja ich hast es einfach im normalen so weil wir uns nicht in der lava baden so ein bisschen rumschwimmen jo leute aber auf jeden fall ich lasse den kampf hier noch laufen aber trotzdem wenn ich schon mal falls euch diese folge gefallen hat dann lasst eine positiva das ist gar kein team das ist doch was euch gefallen hat schaut auf dem kanal vom lasse vorbei steht noch mal in der beschreibung dann sehen wir uns nächstes mal wieder bis dahin tschüss tschüss Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.